Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem turbulentesten Podcast der Podcast-Landschaft mit Friedrich und Johann. Episode 55, Bruder, kannst los. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann, ich grüße dich. Hi. Was ging so die Woche bei dir? Okay, okay, ganz entspannt. Also, bei mir die Woche ging nichts. Ich habe Ferien, wie wir wissen. Stimmt, ich habe erst seit Ferien, ja, genau. Letzte Woche hatte ich ja noch Schule, jetzt habe ich Ferien. Und es ist nicht so viel passiert. Ich war endlich im Kino in einem wunderschönen Film. Ah, du hast den ohne mich gesehen. Natürlich, klar. Ich musste den unbedingt gucken. Wir können gerne nochmal reingehen. Ist er noch im Kino? Bisher läuft er noch, ja. Und nach der Oscar-Preisverlagung, zu der wir vielleicht auch noch gleich kommen, wird er wahrscheinlich auch noch ein bisschen laufen, weil Star Wars läuft immer noch. Genau, aber ich fand ihn sehr, sehr nice. Also, wir reden vom Film... Achso, vom Film 1917, sorry. 1917, der Film. Erster Weltkriegsfilm. Genau, der ist so besonders, weil der in einer quasi aussieht, als wäre er ohne Schnitt gedreht worden. Er ist natürlich mit Schnitt gedreht. Es gibt auch eine Stelle, wo man ganz klar weiß, dass es ein Schnitt ist. Da gibt es einfach ein Black für fünf Sekunden. Aber, ja, wenn man weiß, wo die Schnitte sein könnten und wo die Schnitte sind, wenn man da so ein bisschen Technik versiert ist und sich auch vorher schon ganz viel Making-of-Material angeguckt hat, dann weiß man es auf jeden Fall. Aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Also, jetzt nicht unterhaltsam im Sinne von lustig. Das auf gar keinen Fall. Aber sehr viel Spannung aufgebaut. Und man ist... Also, ich hatte einen guten Kollegen mit dabei. Also, nicht nur einen, sondern mehrere. Aber mit dem Kollegen habe ich mich danach noch unterhalten. Und er meinte, er hat... Er hätte so gedacht, dass es vielleicht langweilig wird, wenn das alles so in einer Einstellung gedreht ist. Also, in einer Einstellung ist es sowieso. Bedeutet also quasi, wir haben keinen Ranspringen an die Gesichter und dann einen Springen ins Gegengesicht, wie der darauf reagiert. Die Kamera bewegt sich immer, läuft hinter den Charakteren her, überholt die, lässt die daran vorbeilaufen, verfolgt die wieder, geht an die Gesichter, dann langsam ran, dreht sich wieder, also durchgehend in Bewegung irgendwie. Und er meinte, er hat so ein bisschen Sorge gehabt, dass es langweilig wird. Aber wurde es überhaupt nicht, hat er gesagt. Und das fand ich auch. Sehr viele Stellen, die sehr lange als One-Take gedreht sind, also ohne Schnitt, also so zehn Minuten teilweise, wo sehr viel getimt wurde. Und das fand ich sehr beeindruckend. Musst du auf jeden Fall schauen. Können wir auch gerne nochmal zusammen reingehen, wenn du mal Zeit hast. Also, du würdest mit mir nochmal hingehen? Ja. Ich habe ein Fünf-Sterne-Ticket für Sinister. Da kann ich noch viermal for free ins Kino. Deswegen können wir das sehr gerne machen, ja. Ja. Und dieser Film war ja für mehrere Oscars nominiert und hat natürlich auch, ja, ein, zwei bekommen. Ein, zwei bekommen. Also er hat auf jeden Fall einen Oscar bekommen für beste visuelle Effekte, was ich nicht ganz verstanden habe. Weil, also natürlich, klar, es gab sehr viele visuelle Effekte, die auch sehr gut waren. Aber es gab zwei, drei Stellen, beziehungsweise ein, zwei Stellen, wo ich dachte, okay, das hätte man deutlich besser machen können. Da gab es eine Stelle, wo eine Ratte einen bestimmten Weg gelaufen ist und die war wichtig für die Handlung und die sah einfach richtig scheiße aus. Also animiert. Animiert, ja. Genau. Aber die musste animiert werden. Das sind so, aber ist okay. Also wenn du aber siehst, wer noch nominiert war in beste visuelle Effekte, Star Wars. Ja. Und noch Avengers Endgame, der absolut krass ist, was visuelle Effekte angeht. Dann verstehe ich nicht ganz, warum 1917 da den bekommen hat, aber die werden schon ihre Gründe haben. Genau, also dafür hat er auf jeden Fall was bekommen. Als beste Kamera hat er auch bekommen. Ah, okay. Auf jeden Fall verdient. Ja. Roger, wie heißt der, Roger Dukins oder sowas. Ich weiß es leider gar nicht. Und auch als beste Filmmusik und bester Ton haben sie auch bekommen. Okay. Also doch schon einige. Aber hat eigentlich Brotherhood auch gewonnen? Brotherhood hat leider nicht gewonnen. Nee, bei den Kurzfilmen hat Brotherhood leider nicht gewonnen. Shit. Aber der Dude, über den wir viel gesprochen haben, der Schauspieler von Joker, Joaquin Phoenix, der hat als bester Schauspieler gewonnen. Und auch eine sehr schöne Laudatio gehalten. Heißt das Laudatio? Nee, das heißt, was der Dude vorher redet, ne? Laudatio ist, ja, ist eine Dankesrede. Ja, ja. Seine Dankesrede hat auf jeden Fall eben nicht mit seinem Danke, Danke und Tschüss, sondern halt sehr viel. Aber den habe ich auch noch nicht gesehen, den Joker-Film. Okay, so, okay. Also, aber, ja, ich habe einiges auf jeden Fall vor, wenn es wieder Winter wird. Ja. Aber apropos Winter, was sagst du zum Sturm? Was war bei Sabine los bei dir? Hast du es mitbekommen? Ja, ich habe es mitbekommen. Aber nicht so krass, na doch schon krass. Also, ich war mit dem Hund meiner Freundin unterwegs, weil die aktuell im Winterurlaub ist und deswegen ein bisschen auf den Hund geachtet werden muss. Der ist aber nicht die ganze Zeit alleine, also es ist schon mal jemand da, aber trotzdem muss ich manchmal aushelfen. Und da bin ich am nächsten Tag quasi mit dem Hund rausgegangen in den Wald und da war es auch noch ganz schön windig. Ja. Und da dachte ich auch, da hat man so ein bisschen die Zerstörung gesehen, was da an Bäumen gefallen ist, an Ästen runtergeflogen ist. Zum Glück ist nichts währenddessen runtergeflogen, wenn ich da unterwegs war, aber es hätte auch passieren können. Aber, ja, großartig habe ich jetzt für mich persönlich nichts mitbekommen. Ich habe natürlich in den Medien mitbekommen, was alles krass passiert ist mit, ja, riesigen Wellen und Bäume umgefallen auf Autos und bla. Ja, aber ich glaube, im Gesamten war Sabine quasi relativ entspannt im Verhältnis zu anderen Stürmen. Es wurde ja … Es wurde halt viel gewarnt, deswegen war halt … Genau. Und es hieß halt irgendwie, er könnte so stark werden wie Kyrill damals irgendwie und das war dann aber tatsächlich nicht der Fall. Okay. Ich war an dem Wochenende quasi beim Skispringen mit einem Kollegen nochmal drehen und die haben dann tatsächlich für den Sonntag … Was rumpelt denn hier die ganze Zeit? Bin ich das? Hörst du das? Ich glaube, in der … Das ist irgendjemand anderes. Okay. Naja, wir sind ja natürlich wieder klassischerweise in Friedrichs Kinderzimmer und in einem Mietshaus. Wir haben kein Studio, deswegen … Noch nicht. Doch, das ist unser Studio, aber deswegen kann es immer mal sein, dass es ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte … Genau, und die haben sich dann dafür entschieden, tatsächlich den Sonntag das Finale, also noch einen Skispringen quasi abzusagen, einen Wertungsdurchgang. Okay. Haben dann sich dafür entschieden, diese 20.000 oder 25.000 Leute lieber sicher alle nach Hause fahren zu lassen an dem Sonntag und dann, ja, das Skispringen nicht durchzuziehen. Das war auch eine gute Entscheidung, weil wir dann nochmal Sonntagfrüh an der Schanze waren und nochmal ein paar Sachen abgebaut haben und sowas und dann, das war schon sehr windig da oben auf dem Berg. Und das hat er dann im Laufe des Tages nochmal zugenommen, genau. Ja. Aber in dem Zuge wusstest du, dass man … Also, oder nee, andersrum, wusstest du, wie die Namen zustande kommen für solche Stürme? Nee, also es … Nee, nicht ganz. Also, ich glaube, wird da nicht drüber abgestimmt oder nicht? Also, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Jahr irgendwie Stürme oder bis so und so vierten Jahr die Stürme irgendwie weiblich … weibliche Namen haben und dann irgendwann wieder männliche. Genau. Es gibt quasi irgendwie eine generelle Regel irgendwie, dass ich glaube, ungerade Namen oder sowas sind weiblich und gerade … Quatsch, Namen, Jahre. Also, es geht nach den Jahren. Die einen werden dann immer weibliche Namen und dann halt männliche im Geraden. Ja. Kannst du jetzt auch verhauen. Aber auf jeden Fall finde ich es total interessant, man kann sich darum bewerben, dass sein eigener Name ein Hochdruckgebiet wird oder ein Tiefdruckgebiet. Oh. Und zwar direkt beim Institut für Meteorologie. Sorry, ich bin doof. Und genau, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie total teuer und sowas, ne? Aber es ist gar nicht so teuer. Ich glaube, man zahlt nur irgendwie so um die 200 Euro maximal. Ja, aber dann bewirbt man sich ja nur. Genau, man bewirbt sich, kommt dann auch in die Liste. Obwohl, nee, es ist sogar viel, viel günstiger. Quatsch. Und zwar ist es … Warte mal, ich … Ach doch, nee. Ein Hochdruckgebiet kostet 299 Euro und ein Tiefdruckgebiet 199 Euro. Zuzügig Mehrwertsteuer. Ja. Und dann kann man noch eine Verlinkung auf eine Webseite machen, die aber kostenpflichtig ist und die kostet 20 Euro, egal ob Hoch- oder Tiefdruckgebiet ist. Also die machen ja mit allen noch Geld hier. Äh, genau. Und, äh, du kannst dich quasi da in eine Liste eintragen lassen und, äh, im, sie sagen halt auf ihrer Internetseite, dass sie durchschnittlich 50 bis 60 Hochs und circa 150 Tiefs haben im Jahr. Ja. Und es kann halt sein, dass du quasi dann, äh, genommen wirst. Wenn du aber in dem Jahr nicht genommen wirst, musst du dich nochmal für ein anderes Jahr bewerben. Genau. Äh, kriegst aber dein, dein Geld zurück. Also du stehst nicht automatisch auf einer ewigen Warteliste. Ah, okay, aber du kriegst dein Geld zurück. Genau. Den vollen Preis oder so einen Teil? Ja, den vollen Preis. Und, und musst dann natürlich aber wieder das Geld wiederzahlen und dich im neuen Jahr dann wieder bewerben. Ja. Aber das fand ich sehr interessant und dann dachte ich so, naja, ist ja eigentlich eine gute Marketingstrategie, äh, aber tatsächlich ist es so, dass sie dann aufpassen und die wollen dann auch, glaube ich, Geburtsurkunden und sowas sehen, äh, von dir und wollen halt verhindern, dass halt so Firmennamen und sowas sind natürlich nicht erlaubt. Schade. Ähm, sonst könnte man das Hochdruck, äh, oder das Hochdruck irgendwie Rewe oder so. Ja, ne, klar. Ähm, aber das ist, äh, tatsächlich verboten. Und, aber ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man sich quasi darum bewerben kann. Ja. Und das kann man dann Leuten auch irgendwie schenken oder wie auch immer. Man kriegt dann auch eine Art Urkunde und was weiß ich. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist irgendwie, äh, total kurios, das habe ich, da, ja, wusste ich nicht. Ja. Interessant. Was ist noch die Woche passiert? Einiges, ähm, es gab einige Rücktritte. Wir haben, äh, letzte Woche darüber, äh, gesprochen, da war das relativ frisch, als wir die Aufnahme gemacht haben. Ja. Äh, dass Kemmerich gerade, ähm, in Thüringen der neue Ministerpräsident wurde. Jetzt ist er inzwischen nur noch, ähm, geschäftsführender Ministerpräsident. Und ist, äh, quasi zurückgetreten, bis ein neuer Ministerpräsident, äh, gefunden oder gewählt wird. Ähm, ja, also. Da ist aber dann auch noch was passiert, äh, weil es hat ja ganz schöne Wellen geschlagen, ne. FDP, CDU haben ganz schön was auf den Deckel bekommen, ähm, und jetzt auch noch der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Richtig. Also als Vorsitzende der CDU, äh, da geht jetzt ganz schön viel los, ne. Und, ähm, äh, möchtest du zu dem Thema noch was sagen? Naja, nee, also jetzt nicht direkt sagen. Also ich weiß nur, dass die AfD angekündigt hat bei der zweiten Wahl, ähm, Ramelow, also den Linken, der, ähm, der die Jahre davor Ministerpräsident war. Ja. Ähm, auch vorhaben, so zu wählen wie ihn. Also wie, wie Kemmerich. Also dass sie auch wieder vorhaben, da so ein bisschen ihren Spaß zu treiben, was sie anscheinend lustig finden, so. Ähm, genau. Das weiß ich, wollte ich nur noch hinzufügen. Na, die Problematik ist, glaube ich, dass die, äh, CDU-Leute halt, äh, darauf beharren, dass sie im Wahlkampf ihren, äh, Wählern gesagt haben, wir werden, äh, nicht einen linken, äh, Ministerpräsidenten wählen. Ja. Und sie wollen sich an ihr Wählerversprechen halten. Ja. Aber, ähm, grundsätzlich kann man sagen, die Woche gab's noch, äh, einen Rücktritt. Weißt du noch, wer noch zurückgezogen ist? Nee. Kreativ bekannt, also dir auf jeden Fall sehr bekannt. Mhm. Nee. Ich. Ah. Ha, 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 ha. Ernsthaft? Ja. Oh, du hast gesagt. Ich habe tatsächlich ein, ähm, großes Gespräch mit meinem Chef gehabt. Ich hatte ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen und ich glaube auch die Woche vor hatten wir ja schon mal das kurz angerissen. Ja. Ähm, ja, ich habe quasi, also ich habe nicht gekündigt. Wir haben uns einfach so ausgesprochen. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, weil wir einfach mal über viele Sachen gesprochen haben. Mhm. Ähm, und er ist, äh, er hat auch entspannt reagiert bei der ganzen Sache. Okay. Und ich muss mich jetzt auch nicht an irgendwelche Kündigungsfristen halten und ihm das irgendwie, eben eine Kündigung hinwerfen und dann muss er das bestätigen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir machen das relativ, äh, entspannt auf unserer Ebene. Mhm. Äh, wenn ich sage, ich will gehen, dann gehe ich halt. Und, äh, ich habe jetzt so gesagt, dass ich so Richtung Mitte März, äh, dann vermutlich raus sein will. Genau. Und, äh, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Und in dem Zusammenhang. Du kriegst einmal mindestens einmal volles Gehalt. Richtig, genau. Aber in dem Zusammenhang ist tatsächlich was aufgefallen, ähm, äh, wo du jetzt mal raten kannst, und zwar, ähm, eine Zahl. Ich habe mit ihm quasi erst mal so eine Abrechnung gemacht, was so die letzten Jahre so aufgelaufen ist bei mir, an Überstunden und sowas. Und jetzt kannst du mal raten, wie viele Überstunden ich quasi umgerechnet in Arbeitstage, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, habe bei ihm in den letzten drei Jahren, in den letzten drei Jahren, oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass du sehr viel, sehr lange unterwegs warst, aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Äh, keine Ahnung, was ist denn da so eine typische Zahl? Was kann man denn da sagen? Ja, keine Ahnung. Also, äh, was weiß ich. Keine Ahnung. So, hau eine Zahl raus. Sechs. Sechs Arbeitstage zu viel quasi in den letzten drei Jahren. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, dann sind es, äh, 27. Ja, nee, okay. Gut, ich habe keine Ahnung. Über 100? Alter. 160. Um genau zu sein, 161. Äh, 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 okay. Also, ich habe quasi in den letzten drei Jahren 161 Tage, ja, zu viel gearbeitet, wie auch immer. Und die kriegst du aber noch bezahlt. Richtig. Und das ist halt die große Frage, wie macht man das jetzt? Ja. Weil das ist natürlich ein ganz schöner Batzen, äh, Geld oder wie auch immer. Mhm. Und für mich ist es jetzt so, ich habe mich jetzt mit ihm darauf geeinigt, dass ich quasi kündige, aber gleichzeitig erstmal noch, also kündige, wir kündigen intern. Ja. Und ich bleibe gleichzeitig noch bei ihm angestellt, arbeite aber nicht mehr, ähm, für ihn und er bezahlt mir einfach mehrere Monate noch mein Gehalt weiter, bis dieser Bär quasi abgetragen ist. Ey, das ist, das ist krass. Und das ist natürlich für mich ganz cool. Ja. Weil das ist wie so eine Art Arbeitslosengeld, aber halt deutlich mehr. Ja. Und, äh, ich kann in der Zeit halt quasi, äh, chillen, meine Sachen machen, neue Projekte anfangen, wie auch immer. Mhm. Und das finde ich eine super Regelung und da, ähm, also es ist noch nicht hundertprozentig durch, aber das ist so der, der Idealplan, dem er jetzt auch nicht gerade abgeneigt ist und, äh, wir müssen das jetzt mal ausrechnen, wie das so ist und wie lange das geht. Aber, ja, das fand ich irgendwie sehr cool, dass er das, äh, auch so, ja, mitmachen will. Weil, klar, ich könnte jetzt sagen, ich will irgendwie einen Batzen Geld haben. Mhm. Das wird natürlich für ihn dann hart, ähm, ja, aber was soll ich dann mit dem Geld machen? Die Verlockung ist dann halt sehr groß, dass man das Geld dann halt mit einmal nimmt und irgendwie was Krasses noch sich kauft an Technik oder sowas, um zu sagen, ich investiere jetzt in eine teurere Kamera oder noch irgendwie Zusatzequipment, keine Ahnung, aber das sind halt alles Sachen, die ich, äh, eher nicht tätigen will, Investitionen. Aber warum nicht, wenn du selbstständig werden willst? Oder ist es ja der Lohn? Ich brauche jetzt keine, ich brauche jetzt keine, keine Ahnung, wie viel, äh, tausende Euro Kamera noch. Ich habe mir jetzt neulich erst eine Kamera gekauft und mit diesem Equipment will ich mir ein bisschen was basteln und damit halt erst mal zurechtkommen und ich brauche jetzt keine Fernsehfilmkamera, wie auch immer. Weil das ist halt, du hast dann halt einen Batzen Geld hingegeben und dann ist es weg und am Ende nutzt du die Kamera, keine Ahnung, fünf, sechs Mal im Jahr. Naja, jetzt musst du dir natürlich schon rechnen, ist ja klar, aber trotzdem, also du musst jetzt keine Red kaufen. Nee, das könnte ich mir auch nicht leisten, aber, äh, ja. Genau. Okay. Das ist so der aktuelle Stand. Glückwunsch, ich gebe dir mal die Hand dafür. Ja, erfolgreich bist du durchgeführt. Oh, ich habe ganz schön kalte Hände, aber ich kann einen rechnen. Ja, genau, also ist quasi noch jemand zurückgetreten und es, äh, ja, geht quasi da auf jeden Fall weiter und wir halten euch da auf jeden Fall, oder ich halte euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht bei mir. Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, greifen wir noch was auf, was wir letzte Woche hatten und zwar machen wir das, wollen wir das in den dieswöchigen Bro-Shorts machen? Das machen wir, ja. Bro-Shorts. Genau, wir hatten letzte Woche, also uns gegenseitig gefragt, was so unser Vorbild ist. Meins war Finn Kliemann und, äh, Johann war sich nicht so ganz sicher und ist dann zu Peter Jackson gekommen. Komm, mehr oder weniger mal, mit dem er sich mal unterhalten möchte. Wolfgang Petersen, Peter Jackson, irgendjemand davon, ja. Richtig, ähm, und ich habe die Chance genutzt und einfach mal auf Instagram unsere Follower gefragt, was so deren Vorbild ist, äh, Vorbilder sind und da habe ich einige Antworten bekommen. Ich habe da von einigen spezielle Namen bekommen, von irgendwelchen Instagrammern, irgendwelchen Influencern. Ach, tatsächlich? Wo häufig dann die Begründung ist, weil die einfach das machen, worauf sie Bock haben. Ähm, also das würde mich mal, also, interessieren tatsächlich. Okay. Kannst du dir mal ein Beispiel nennen oder so? Ja, hier steht nur TJ Beast Boy, wer auch immer das ist, keine Ahnung. Ach so, kennst du gar nicht? Nee, kenn ich gar nicht. Ah, okay. Ja, aber auf jeden Fall, dann gab es noch solche Sachen, so wie Familienvorbilder, also zum Beispiel hat jemand geschrieben, mein verstorbener Opa, was ich sehr interessant fand. Ja. Ähm, dann aber auch meine Mama, weil sie stark und lieb und einfach der beste Mensch auf Erden ist. Ah, cool. Das ist super. Ja. Ähm, und dann hat noch jemand geschrieben, Beyoncé. Ah, okay. Äh, she be slaying always. Aber das ist genau das, was wir ja hatten, ne? Das ist so ein, das ist ein klassisches Vorbild. Klassisches Vorbild, ja. Ja. Hier hatten wir dann noch jemanden, ähm, meine Omi, weil sie ein so selbstloser und herzlicher Mensch ist. Ähm, und dann noch jemand, mein bester Freund und mein großer Bruder. Die beiden sind einfach total bescheuert. Und dann noch jemand mit, meine Mama, sie ist eine Kämpfer Natur, danke fürs Erbgut. Und dann hat jemand noch geschrieben. Ich hab für eine Sekunde gedacht, danke fürs Erbe. Okay. Nee, nee. Und dann hat noch jemand geschrieben, ich selber bin mein Vorbild. Ah, okay. Auch interessant. Ja. Ja, das waren so ein paar, ein paar, äh, ja, Antworten irgendwie. Ein letzter noch geschrieben. Jeder, der mich irgendwie weiterbringt oder mir hilft, außerdem ich selber. Perfekt. Super. Genau. Ja, ich find das schön, dass, also ich hab das tatsächlich nicht mitgekriegt, dass du das gemacht hast. Ja. Ich find's schön, dass es da so ein Feedback gab. Ja, also an der Stelle auch vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Wir werden vermutlich sowas immer mal wieder machen, so euch mal mit einbeziehen. Vielleicht dann auch ihr so in die, in die Bro-Shorts zum Beispiel oder so, ähm, genau. Genau, ja. Und dann waren das auch schon die dieswöchigen Bro-Shorts. Genau. Unsere Bro-Shorts waren das. Perfekt. Ähm, als nächstes haben wir noch ein, ein, ja, ein, ein Thema. Also ich habe nämlich noch etwas auf Instagram gefragt und zwar, ob es ein paar Fragen vielleicht an uns gibt. Einfach mal, weil wir das so noch nicht hatten, so ein kleines Mini-Q&A und da kamen zwei, drei Sachen zusammen. Okay. Ähm, und zwar. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass ich die Fragen nicht kenne und du jetzt so im Instagram-Modus bist. Okay, dann. Also zum Beispiel von einer Zuhörerin, wir machen das hier natürlich anonym, ähm, wo seht ihr euch und den Podcast in fünf Jahren? Oh, schwierig. Schwierig. Also, also erstmal, wo, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Äh, bei Wolfgang Petersen. Sehr schön. Ne, Quatsch. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht. Ich denke mal, immer noch in denselben, äh, in denselben Kreisen, finanziellen Verhältnissen und, äh, ja, ich denke aber mit ein bisschen mehr Spaß. Also, das hoffe ich zumindest und vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, ja, dass ich mich mehr um, äh, meine Leute um mich herum kümmere. Das hatte ich ja schon mal angedeutet, dass das sehr gelitten hat unter meinem Job und dass ich vielleicht dann, klar, wenn ich jobtechnisch Hochzeiten hab, dann halt auch mal Zeiten hab, wo ich mich halt, äh, nicht um den Job kümmere, sondern die Möglichkeit habe, mit Freunden und Familie mehr zu machen, so. Ja. Ja. Also, ich sehe mich in, äh, fünf Jahren, aller spätestens dann schon längst im Studium, im Informatikstudium und in einer eigenen Wohnung mit Freunden, äh, vielleicht Haustier. Weil fünf Jahre ist schon eine echt, echt, echt lange Zeit. Ja, da hast du schon einen Bachelor. Das, genau, das könnte sein. Rein theoretisch. Wenn du, wenn du nicht verkackst, solltest du es schaffen. Wenn nicht, dann habe ich schon einen Bachelor. Genau, sehr schön. Und ich glaube aber für den, für den Podcast wäre es eigentlich auf jeden Fall schön, wenn der in fünf Jahren auf jeden Fall noch besteht. Das ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel. Ähm, die Frage ist halt, in welcher, ähm, äh, Qualität und von welchem, ja, ich, ich glaube halt, dass es, es könnte sein, selbst wenn wir irgendwann in fünf Jahren in getrennten Städten sind oder so, dass wir halt trotzdem uns treffen für den Podcast. Vielleicht nicht mehr allzu häufig, aber das dann vielleicht ähnlich machen wie fest und flauschig, dass wir dann quasi von zwei, oh, das machen ja auch andere Podcasts, äh, von zwei verschiedenen Städten aus uns einfach connecten. Das haben wir in der Vergangenheit schon super gemacht. Eben, das hat sehr gut funktioniert, ja. Aus verschiedenen Ländern uns sogar connected. Ja. Und, äh, von daher sehe ich da eigentlich kein Problem, dass es den in fünf Jahren, äh, nicht mehr gibt. Ja, ja. Außer es hat einer, das kann natürlich sein, einer von uns hat eine übelste Krise, keine Ahnung, Depression, was weiß ich und keinen Bock mehr auf die Außenwelt oder so einen Schwachsinn, dann könnte es schwierig sein so, aber vielleicht hilft das auch so ein bisschen, um sowas zu vermeiden. Ich meine, so Depression und solche Sachen, äh, das hilft ja auch, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt ist und spricht und dadurch haben wir halt einen Vorteil, wenn wir uns jede Woche treffen, dass wenigstens auch, also dass man das ja frühzeitig bemerken würde als Bruder, sag ich mal, oder? Also, auf jeden Fall, genau. Da haben wir noch, genau, da haben wir noch eine familieninterne Frage quasi so ein bisschen. Also, ja, äh, versteht ihr euch mit all euren Geschwistern gut? Oh. Also mit all unseren Geschwistern verstehen wir uns gut? Oder haben wir irgendjemanden, den wir ja ausschließen oder so? Also ich würde sagen, spontan, wir verstehen uns eigentlich alle irgendwie miteinander gut, hat man gesehen zu Weihnachten, wenn wir da zusammen irgendwie wieder unsere Spiele gespielt haben oder sowas, alle zusammen. Das ist immer sehr lustig. Ich war Weihnachten nicht dabei. Ach, stimmt, du warst ja Weihnachten gar nicht dabei. Also geht das schon mal gar nicht. Ich wurde nämlich extra ausgeladen. Ich durfte nicht, nee, Quatsch. Nee, aber so war es immer die letzten Jahre und war auch dieses Jahr so und deswegen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es gibt halt immer so ein bisschen Streitereien oder wie auch immer. Ja, aber es gibt jetzt keinen, weswegen man jetzt sagen würde, mit dir rede ich jetzt mein Leben lang nicht mehr. Genau. Es ist halt immer so, das ist immer mal so, also es ist ja relativ normal, ist ja wie in einer Beziehung auch, dass es mal so Phasen gibt, wo man irgendwie so denkt, was ist denn hier los, so nach dem Motto. Und man dann mit einem derjenigen irgendwie halt irgendwie mal sich so denkt, was geht hier gerade? Ja. Und dann ist das aber auch, also es ist nie so, dass das irgendwie längeren Zeitraum anhält oder sowas, sondern es ist dann irgendwie, man redet drüber, man diskutiert drüber, auch familienintern, so am großen Tisch. Dann kann es auch mal irgendwie laut werden, wie auch immer, aber es ist dann so, dass man am nächsten Tag auch wieder miteinander redet. Also es ist, also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie die großen Geschwisterproblematiken intern haben. Und es liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir nicht mehr so krass aufeinander hocken. Ich glaube, wenn wir alle noch zusammen in einer Wohnung wohnen würden oder beziehungsweise früher, dadurch, wo wir noch alle zusammen gewohnt haben, war es halt noch, waren halt die Familien, nicht die Familien, aber zumindest die Geschwisterkriege heftiger, oder? Oder gab es die überhaupt erst noch, also so? Ja, ja. Jetzt hat das ja auch mit dem Alter komplett nachgelassen. Ja. Nee, genau. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage von der gleichen Person. Seid ihr euch ähnlich oder sehr verschieden? Also jetzt vermutlich auf uns beide bezogen. Ui. Charakterlich oder äußerlich? Das steht hier nicht. Okay. Naja, äußerlich ist ja, glaube ich, klar. Wir sind keine Zwillinge, also wir unterscheiden uns schon und ich bin, glaube ich, Stimmlich sind wir uns, glaube ich, ähnlich, habe ich mal gehört. Stimmlich, ja. Das kann sein, ja. Also, das könnt ihr jetzt direkt vergleichen. Ähm, aber, also von, also zum Beispiel hier so, wir haben ja zum Beispiel ein gemeinsames Hobby so ein bisschen, also was bei dir zum Beruf aktuell geworden ist. Aktuell? Äh, was bei dir zum Beruf geworden ist, so dieses kameratechnische, dass da sehe ich auf jeden Fall eine Parallele. Ja. Aber ansonsten gar nichts. Nee. Äh, ja. Wir, wir, wir haben beide Bock auf diesen Podcast, ähm, aber es ist jetzt eine sehr schwere Frage. Ähm, ich glaube, wir sind ja zwei unterschiedliche Generationen so ein bisschen. Ich denke auch und wir werden, äh, ich glaube, wir werden uns ähnlicher, wenn wir noch älter werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, ins Charakterlich meine ich jetzt so. Also, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber grundsätzlich, ich glaube, wir sind uns jetzt nicht, ich glaube, man, man erkennt aber, wenn man uns sieht, nicht nur unbedingt an unserem Äußeren, sondern auch so, wie wir uns verhalten, dass wir Brüder sind. Ja. Würde ich schon meinen. Ja, ich denke auch. Weil es gibt ein paar Sachen, wir haben ja schon mal für die gleichen, ähm, Arbeitgeber quasi mal kurzzeitig gearbeitet. Du hast mal bei meinem Chef mit ausgeholfen und, äh, wir haben mal zusammen bei einem anderen Kollegen von mir gearbeitet und so. Und da merken die halt, dass wir von der Arbeitsweise hier, äh, halbweise dann immer sehr präsent und, äh, ja, auch, äh, ja, gewissenhaft und sowas sind und das schätzen die Leute auch sehr. Also, ich glaube, solche Sachen sind schon ähnlich. Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Die hat gar nichts mit dem Ganzen hier zu tun und zwar, der hat auch schon geschrieben, komische Frage, aber wie findet ihr zum Beispiel Join? Es gibt viele, die sagen, ist cool, aber andere sagen auch, dass man ja nur den Scheiß, den man ins Fernsehen bläst, auch nur ins Internet stellt und das ziemlich scheiße ist. Ah ja, perfekt. Ähm, genau. Also, wie finden wir Join? Kennst du Join? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt nur, äh, ich, auch in den letzten zwei, drei Wochen oder so gesehen, dass es A überhaupt gibt. Ich habe noch nicht genau den Überblick. Es ist auch ein Streaming-Anbieter. Join ist quasi von, von dieser ProSiebenSat.1, äh, Zusammenkunft da irgendwie. Okay. Es ist eine Art Fernseh-Ad, womit du alle Sender schauen kannst. Mal ganz kurz, hörst du das auch? Ja, ja, das ist oben drüber, der arbeitet. Ah, okay. Also, sorry für die Qualität, wenn es mal kurz rumpelt, äh, Beat-mäßig. Ja. Ähm, aber genau, also, das ist, wie gesagt, von der ProSiebenSat.1 Gruppe da. Man kann die ganzen Fernsehsender da irgendwie drin schauen und die ganzen Shows und Serien sind da verfügbar. Also, es ist auch eine komplette Mediathek und die haben da auch eigene Serien produziert, wo Klaas irgendwie eine eigene Serie mit hat und so Zeug. Finde ich ganz, ganz weird. Und was kostet das? Gar nichts. Das ist eben der Punkt, das ist komplett kostenlos. Okay. Und das ist eben, also, diese Serien sind halt diese, die sowieso bei ProSieben laufen und Sat.1, ähm, also von daher, die man sowieso quasi kostenlos gucken kann, wenn man Fernsehen zu Hause schaut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und du kannst da drin auch das Live-TV gucken, dir die verschiedenen Shows im Nachhinein anschauen. Das ist so ein bisschen wie die, äh, öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Ja, nur halt, dass du auch über diese App auch öffentlich-rechtliche schauen kannst. Ah, okay. Aber RTL, aber RTL, aber RTL, aber, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur von dieser ProSiebenSat.1-Geschichte ist. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ProSiebenSat.1 da sehr vertreten ist. Ähm, du kannst auf jeden Fall nicht RTL gucken, weil das musst du extra irgendwie bezahlen. Ja. Okay. Naja, also, äh, es gibt ja diese TV-Now-Sache von RTL ProSieben, ach nee, das ist nicht ProSieben, das ist RTL Sat.1, genau. Du hast ja, ich hab mal gerade parallel das offen, über 50 TV-Sender live und eine Mediathek mit Originals, Previews und mehr, so. Also da ist ARD, ZDF drin, also die ganzen, die ganzen öffentlich-rechtlichen, aber auch Privatsender wie ProSiebenSat.1 und D-Max, genau. Und was wäre jetzt die Frage, wie wir es finden? Genau, weil ja das nur vom, das Fernsehen da nur reingepustet wird. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich hatte es mir auch schon mal angeschaut, weil ich darüber quasi ProSieben schauen wollte. Ähm. Kommt denn da viel Werbung? Das wäre jetzt so interessant. Ich, also ich glaube, in der App selber drin, glaube ich, doch, ja, doch, es kommt Werbung, aber es kommt auf jeden Fall, wenn du dir die Sende anschaust, natürlich Werbung. Weil es kommt ja, es kommt ja tatsächlich, wenn du jetzt, äh. Irgendwie müssen sie sich ja finanzieren, ja, klar. Genau, wenn du Netflix hast, hast du eigentlich keine Werbung, weil du ja einen Mitgliedsbeitrag hast. Genau, ja. Aber das muss man auch einfach eingehen so, also muss man eingehen, muss man sich halt, muss man halt wissen. Ähm. Es gibt aber auch irgendwie so eine Art Plus-Abo, Join Plus, da kannst du irgendwie Blockbuster noch mit drin schauen und sowas und auch Eurosport und sowas schauen und so Zeug. Also du kannst noch so das Ganze upgraden. Aber im Kostenlosen hast du diese 50 Cent. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, weil die Leute heutzutage schauen nicht mehr, dass live im TV was läuft, sondern wollen selber entscheiden, was sie schauen. Deswegen gibt es, sind die ganzen, also die jüngeren Leute, deswegen sind die ganzen Anbieter wie Netflix, Amazon, Prime Video und Co. so attraktiv, weil du halt selber entscheiden kannst, was du schaust. Ja, das stimmt. Aber, darf ich ein Aber dazu sagen? Natürlich, klar. Ich finde das auch interessant und ich finde auch vor allen Dingen, dass eine zusätzliche Plattform neben Amazon und Netflix halt auch wieder dieses konkurrenzbelebende Geschäft hat. Ja, ja, ob das jetzt so, vielleicht wird es noch zur Konkurrenz, aber ja. Ja, aber ich finde halt die große Problematik, die ich dabei sehe, ist, dass ich als User irgendwie nicht mehr so richtig die Übersicht habe, wo suche ich mir jetzt was raus. Also, klar kann, wenn es jetzt, gut, es ist ein Vorteil, dass es kostenlos ist. Ja. Wenn es jetzt noch eine Bezahlplattform wäre, weil Disney kommt ja jetzt auch noch raus, eine eigene Streaming-Plattform zu machen. Ja. Wie gesagt, dann Amazon, Netflix, da muss man sich schon mal erstmal entscheiden für eins von beiden oder man nimmt beide, aber das ist dann auch schon wieder, ja, das geht dann ins Geld, dann hat man sowas wie Spotify vielleicht noch und dann noch Join, aber gut ist es jetzt kein, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ich habe dann so viele verschiedene Bezahlformate und Apps, wo ich dann halt quasi nicht mehr so richtig, also, ja, nicht mehr so richtig geleitet und naja, geleitet stimmt nicht, aber ich habe nicht so den, also ich entscheide mich ja dann für die App und ich gucke ja nicht aufs gesamte Programm drauf, sondern halt für eine App, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe es schon, ja. Also, ich fände es halt cool, wenn man irgendwie was mit dieser Join-App im Zusammenhang mit irgendwie dem Rundfunkbeitrag vielleicht machen könnte, weißt du, wie ich meine? Ach so, dass man darüber Gelder finanziert, äh, kriegt und dann halt nicht mehr Rundfunkbeitrag zahlt als normaler Bürger. Ja, oder dass du Rundfunkbeiträge zahlst, aber dann solche Sachen wie zum Beispiel da drin auch Filme anschauen kannst, weißt du, wie ich, also es gibt ja viele, die Rundfunkbeiträge zahlen, aber weder Rade noch Fernseher zu Hause haben. Trotzdem sind die Rundfunkbeiträge dann auch dafür da sowas wie kostenlose Zeitungen, auch Internetzeitschriften und Internetmediatheken, die du ja kostenlos dir anschauen kannst, zu finanzieren. Es geht ja nicht nur darum, dass du Fernseher zu Hause stehen hast oder nicht, das ist ja vollkommen egal. Aber du hast so gesagt, man kann die öffentlich-rechtlichen da überjoinen. Genau, ja, 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 aber ich meine jetzt, wenn du zum Beispiel mit dem Rundfunkbeitrag, der ja relativ, der ja ein bisschen was ist, damit dann noch mehr Zusatzzeug bekommst, weißt du, wie ich meine? Also das ist quasi dadurch, dass das Bezahlmodell ist, wie bei Netflix, Rundfunkbeiträge bezahlst du so oder so, um dass man da jetzt sagt, okay, wir können vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dort auch noch Filme anbieten. So. Okay. Und uns davon die Rechte kaufen, damit wir die dort anbieten können oder mieten. Das ist halt das große Problem, Rechte kaufen. Oder dann kaufst du sie nicht, sondern mietest sie und dann sind sie halt nur für 30 Tage da drin oder sowas. Das könnte schon eher gehen, aber das Problem ist halt wirklich, ja, wie du jetzt sagst, das rechte Ding. Genau, na klar. Laufen ja im Fernsehen auch immer Filme und das sind halt immer Rechte, die nur eine Fachverwertung haben oder noch eine zweite Wiederholung am Tag irgendwie. Ja, mit Ultra für Werbung noch dazwischen und was weiß ich. Richtig, genau. Um das finanzieren zu können. Oder dann nochmal nachts irgendwie laufen, aber. Ja. Okay, aber das ist das Grundprinzip von, ich finde das Grundprinzip von Join aber nicht falsch, weil das ist ja so der Punkt, die fangen jetzt früh, also wer auch immer das ist, hier steht Join GmbH, müsste man mal gucken, wer da jetzt genau mit involviert ist, aber das ist ja genau der Punkt, ins digitale Zeitalter überzugehen so. Ja. Ja. Also ich finde es nicht schlecht, weil natürlich ist das alles, ja klar, natürlich kannst du es dir im Fernsehen alles anschauen, aber du kannst jetzt auch entscheiden, ob das du es offline guckst, beziehungsweise nicht live guckst. Ja. Deswegen finde ich nicht schlecht. So, das jetzt nur, um diese Frage zum Abschluss zu bringen. Genau. Ne, also grundsätzlich belebt das auf jeden Fall das Geschäft. Genau. Dann vielen Dank für eure Fragen an der Stelle auch, wie gesagt, auf Instagram wird es bestimmt irgendwie mal sowas geben. Falls ihr irgendwelche anderen Fragen vielleicht auch habt, könnt ihr uns auch gerne über unsere Webseite schreiben, wenn ihr wollt. Da könnt ihr uns auch. Brotherhood-podcast.de. So sieht es aus. Da könnt ihr uns auch kontaktieren. Genau. Ja. Das war es dazu. Ja. Genau. Ein Ding sprechen wir vielleicht noch zum Abschluss. Oh, gut, Gesundheit. Entschuldigung. Ein Ding sprechen wir vielleicht noch zum Abschluss an. Und zwar das Thema Sticker. Ah ja, stimmt. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie viele Leute haben sich denn über Instagram oder der Website bei uns gemeldet? Also, man könnte jetzt meinen, es sind wahnsinnig viele, aber es sind fünf. Okay. Lacht er. Ja, aber gut, das spart uns natürlich Protokost, sage ich mal. Ja, natürlich. Äh, die Sache ist natürlich, jetzt ist aber das Fenster geschlossen in dem Moment, wo ihr das hört. Ja. Wir müssen uns ja auch ein bisschen rar machen. Selber schuld. Äh, wenn ihr Lust habt, dieses Sticker zu bekommen. Wartet auf das nächste Fenster. Tut mir leid. Wir haben es sogar extra, wir haben es sogar extra nochmal verlängert und nochmal verlängert. Ähm, aber die Leute, die halt nicht auf Instagram sind, kriegen das halt nicht so direkt mit. Ja, wir haben es aber auch, ehrlich gesagt, verlängert, weil wir nicht so viele Zuschriften hatten, aber dass wir jetzt immer noch so wenig haben. Ja. Ja, gut, okay. Aber man muss sagen, also. Aber dann ist das Sticker vielleicht nicht das, das richtige Game. Vielleicht müssen wir uns überlegen, ein anderen, ähm, ja, ein anderes lustiges, äh, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wackelbild. Nee. Aber ich würde jetzt tatsächlich nicht, nicht gleich eine Jogginghose rausbringen. Nein, 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 nein. Aber, äh, grundsätzlich, äh, muss man vielleicht, äh, überlegen, ich, ich dachte nur, das wäre eine lustige, eine lustige Sache, das irgendwie so zu machen, aber. Also, also, ist wie eine E-Mail an uns schreiben, das wäre gar kein Problem gewesen. Aber, Chance verpasst, ähm, dann beim nächsten Mal vielleicht. Genau. Wir lassen uns nochmal was Lustiges einfallen, irgendwann im Laufe des Jahres. Und die, die sich, äh, gemeldet haben und von denen wir schon die Adresse haben, die, äh, warten natürlich schon ein bisschen, weil es gab ein paar, die sich schon vor einigen Wochen beworben haben. Aber keine Sorge, das geht, äh, vermutlich diese Woche noch raus, ansonsten nächste Woche. Und dann kriegt ihr das auf jeden Fall nächste Woche. Ja, habt ihr das. Die Post ist ja schnell. Genau. Okay, dann würde ich sagen, äh, war es das diese Woche auch wieder. Ja. Äh, wir haben ein bisschen überzogen, gar nicht so schlimm. Nee. Und dann sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hört uns auch bitte nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.